recht herzlich willkommen zur 21 folge von simotrans ja der stahlzug ist durch hatten wir letztes mal noch gesehen jetzt müssen wir nur gucken dass wir mal schauen wie das so weiter funktioniert hier wo sind jetzt hingefahren der müsste ja nur durch sein oder muss hier oben irgendwo sein ja da ist er vertizieren und liefert dann da ab sie haben alles gekriegt kriegen jetzt eine neue stahl lieferung sollte funktionieren wie sieht es bei dem anderen stahlwerk jetzt aus was ist hier so produziert stahl und die wird immer schön ab das liegt dann alles hier auf dem bahnhof naja ok reichlich passt das ist jetzt hier schrott der schrott muss wurden halt nur stahlwerk alt betriebshof das muss ja dann das andere da hinten seine dass den schrott dann kriegt man das war die falsche taste gerade drüber gehen alte noch stahlwerk halt okay dass der schrott vier für der läuft aber dann hier ist auch alles glaubt gut ne eisenerz wird produziert und hier auch abgeliefert ne er hat noch 370 tonnen 360 tonnen da 370 jetzt und er hat nicht das hier oben mitgenommen ist gut sondern was anderes tierfutter der er hat jetzt hier gebracht und damit hat er das was macht er hier silo war ok auf jeden Fall funktioniert hier was da ist der nächste voll und dann kann er schon wieder fahren oder muss er nehmen muss noch warten ist noch nicht ganz voll im letzten wagen ist noch platz kommt aber der nächste lkw und dann geht auch die tour wieder weiter oder da unten ist er voll und der fährt ok hier läuft auch alles soweit na liegt hier reichlich auf dem anderen gehöft ist auch genug passt kann laufen sollte laufen so ziehen wir karte aufgucken wo irgendwo was gewachsen sein könnte aber jetzt die straße angebunden haben wir gemacht und auch reingeguckt weiß ich gar nicht sechs passagiere drei sagt post ist schon mal was ne woanders liegt so viel nicht für diese buslinie der jetzt hier unten gerade lang fährt glaube ne 5000 dieser ist halt so ne ist aber alles abgedeckt so wie es aussieht ja wie sieht es hier aus dem fährt gerade der eisenbahn müssen also straßenbahn dank 23 und 3 naja das ist nicht viel und fährt auch miese ein naja hier ist aber alles eingepackt noch schön da brauchen wir jetzt auch nicht gucken weil das ist sowieso zu schlecht hier ist alles noch drinnen oder waldek alle kate oben schön gebaut aber noch nichts passendes ist abgedeckt passt alles sonderhausen hat man letztes mal erst ausgebaut oder so ne sieht auch gut aus und lauter auch hier eine neue bus haltestelle lauter wächst hier leider nicht aber dafür da oben hier ist auch noch nix gut dann müssen wir überlegen wo die hier hin muss ich glaube wir müssen zwei bauen kann das sein er lasst uns gerade dübel noch abklappern und die städtchen da unten hier ist alles abgedeckt adolfzell kurz guckung ist auch alles abgedeckt was nicht für ein gebäude sehr interessant gebäude kein besitzer wohnblock des durchgesellschaft ok da ist alles abgedeckt da ist eine ecke raus aber das ist eine straße und hier ist alles grün und sieht es auch gut aus und das ist nicht abgedeckt oder das heißt hier und den lauter müssen wir bauen kommen dann machen wir erst hier aber gerade hier sind das war da das war da straße da rein also 1 2 3 4 machen passt ja noch und muss heute stelle dahin die kommt dann dahin der postkasten der postkasten hier so und sitzen da den postkasten um die ecke so alles gut sagt bedeckt jetzt die linie noch ändern wird hier unser bus dafür das städtchen spatt bus an aber gut passt linie aufgerufen den weg linie ändern und zwar das ist ja kopernikusgasse das heißt wir zügen da einfügen wo ist denn das hin erstmal da rein und fährt da woanders hin das ist das für flügelfarm oder was das ist dann erledigt da fährt da hin so das nächste war jetzt karten nummer auf lauter da mussten wir noch was bauen und zwar hier und wahrscheinlich zwei bushaltestellen aber das aus ja das ist das geht nur bis dahin und das geht dahin okay das bedeutet ich glaube wir müssen so und dann genauso und den postkasten am eck passt mal seite dann noch ja man muss genauso sitzen das egal machen wir so muss halt der stelle hin ach schade die muss dann dahin machen wir so auch so hin passt und den packen da hin gut dann ist das beides mal gemacht der kann weg und wir müssen den bus erwischen und die fahrkarten an die fahrkarte zu kriegen genau klar die linie zu kriegen so linie ändern und jetzt sind wir hier bei lana lauter transporter land ländler da aber das kommt noch die sonnenwindgasse und dann fahren wir nach da unten wieder das heißt nach dem hinzufügen da 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 und da ist das lassen wir so soll gut sein gut und fertig läuft jetzt sind die auch angeschlossen zwei sachen da gut sonderhausen war nix ist nix wird nix so haben wir das erledigt na in der zwischenzeit hat ja nirgendwo einer gebaut gehe ich von aus häuser wachsen werden mehr wie man sieht das ist schon mal gut hier oben ne irgendwann packen sie es hier ne vor allem cool wäre wenn da noch ein stück straße ist dann ist tatsächlich zugebaut hier ist noch alles prima ist ja auch gerade nix geändert naja wir sind ja auch schon gut unterwegs ja war das schon gerade eben dann geguckt im endeffekt na so das läuft alles so dann gucken wir noch mal gewinnen und verlust an ja der liegt da jetzt fest ne wartet auf irgendwelche paletten hier weg die dann nicht kommen die südfrüchte diese auf dem markt nicht gibt es also die es auf dem markt schon gibt aber die da nicht mehr verkauft werden die südfrüchte wollen jetzt so viele schon sind ja zwar 52 oder so von 83 sind gewünscht das ist nicht viel oder sind das hier 248 mal gerade gucken wenn er runter geht aber das ist es nicht oder müsste er jetzt laden ich glaube das ist nicht so muss unter die 83 fallen weil der nimmt dann 245 auf ja der rest wird nirgendwo abgenommen ach so quatsch ne ja ja gut ok wo ist der bus hier gab es aber irgendwo ein ne da fährt da oh mieser ein der hat niemand mit und hier kommt wohl auch keiner mit ne genau da kommt der sonder bus und hier gibt es hier was milch und vieh die milch wird transportiert hat wie nicht das ist auch nur der markt der abnehmer ist und das ist die milch ja ja die geht auch dieser noch genug von wie man sieht ok das dann auch gelaufen ja ja der ist nicht super toll daneben geklickt straber wird hier mit den miesen zahlen rein auch ordentlich mieser ja was willst du da machen kannst du nix machen hier ne eigentlich abschaffen zu teuer macht unsere kohle naja also über 10 millionen können wir gerade noch das finanzieren ja postschiff irgendwo aber das ist schon heimlich alleine unterwegs ja der macht da miese fährt eher lang sehr schwierig wurde den anhalten lassen willst oder so ne der fährt da irgendwo rum jetzt auch nicht so wirklich ne klappert ein touristisches ziel nach dem anderen ab ja der hat auch naja komm gut aber ich würde sagen für die folge soll es erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann